Wann geht Pubertät? Pubertät? Wallah! Das ist eine gute Frage. Wie alt bist du? Noch nicht. Warte noch. Pubertät fängt mit einem Traum an. Und wenn du 13 Jahre alt geworden bist, dann fragst du deinen Papa, dann erzählst du dir, was für ein Traum. Okay? Ja, aber jetzt geht nicht. Man kann jetzt nicht erzählen. Du hast noch vier Jahre Zeit. Dies erzählt man nur, wenn man so weit ist.